Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Ja, die Kurse sehen nicht gut aus, momentan traden wir bei ungefähr 18.300 US-Dollar. Gestern nach dem Update-Video ging es dann doch relativ zügig bergab, wir hatten gar kein wirkliches Volumen mehr am Markt. Der Markt hat sich einfach nach unten hin orientiert, da wo die meiste Liquidität liegt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir den Bereich zwischen 17.500 und 18.000 US-Dollar nochmal sehen könnten. Das ist jetzt passiert. Was jetzt hier zum Stoppen geführt hat, werden wir uns jetzt im heutigen Video anschauen. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, aktiviert die Glocke. Und wer es noch nicht gemacht hat, gestern kam auf XRP Deutschland auf den Kanal noch ein Video, wo ich Gast sein durfte. Schaut gerne vorbei, Link habe ich euch gestern schon in Telegram-Gruppen gepostet. Ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt durch, wie gesagt, momentan 18.400 US-Dollar knapp. Wir haben eine leichte Erholung gesehen, nachdem wir gestern wirklich hier exakt bei den 17.500 US-Dollar gestoppt sind. Hier lag der Monats-S2 plus unsere große Support-Zone. Darüber haben wir ja schon des Öfteren darüber gesprochen. Einfach, dass wir uns hier diese illiquide Zone wirklich noch holen und hier ein bisschen Liquidität reinbringen. So ist es jetzt gekommen. Wir sind genau auch hier in dieser Daily-Demand-Zone nochmal gebounced, sage ich jetzt mal. Plus, wir sind am Monats-S2 bei ungefähr 17.500 US-Dollar erst einmal gestoppt. Und wir haben jetzt erst einmal fast alle illiquiden Zonen oder Ineffizienzen aus dem Markt rausgenommen. Das ist erstmal ein positives Zeichen. Trotzdem dürfen wir momentan einfach noch nicht ultra-bullish werden. Wir haben jetzt zwar jetzt wirklich hier die ineffizientesten Zonen hier wirklich rausgenommen, was ein gutes Zeichen ist. Auch, dass wir jetzt hier erstmal ein bisschen Stabilität reinkriegen, wäre jetzt wirklich münschenswert. Morgen US-Märkte noch geschlossen aufgrund des Feiertags. Deswegen müssen wir hier noch ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten sieht es nämlich wirklich übel aus. Die nächste wirkliche Support-Zone würde dann erst hier unten in dem Bereich der 11.600 bis 12.700 US-Dollar liegen. Die habe ich hier schon eingezeichnet. Ihr seht es hier drüben ganz gut. Hier wäre dann wirklich die aller-allerletzte Ineffizienz, die wir noch rausnehmen müssten oder könnten. Das heißt, wir müssen uns hier wirklich auf dem Worst-Case zwischen 11.500 und 12.700 US-Dollar wirklich einstellen. Sollte diese Zone hier natürlich brechen. Ansonsten sieht es jetzt erstmal hier dazwischen relativ gut aus. Wir sind hier ganz normal gestiegen. Wir haben wirklich alle Ineffizienzen hier rausgenommen. Aber das war jetzt wirklich die aller-allerletzte, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt die nächste Chance, um hier wirklich mal nachhaltig, zumindest auf dem Daily-Chart, einen Boden zu bilden. Kurzfristig wäre es jetzt echt wichtig, dass wir uns hier stabilisieren. Jetzt nicht nochmal ein tieferes Tief bilden oder unter diesen Support fallen, weil ansonsten könnten wir uns hier wirklich auf sehr, sehr lange Wochen in diesem Bereich hier unten erstmal einstellen. Wie gesagt, wir bräuchten aber auch hier erstmal ein bisschen Kaufvolumen, was mir hier auf jeden Fall schon mal besser gefällt. Es kam Kaufvolumen rein, aber nicht so heftig, wie wir es damals bei dieser Candle hatten mit diesem Wig. Heißt, es sind nicht so viele Leute jetzt mehr long gegangen. Ich glaube, das Sentiment ist jetzt mittlerweile sowas von bearish, dass die Leute doch ein bisschen vorsichtiger werden. Deswegen habe ich jetzt zumindest mal die Hoffnung, dass dieser Bereich jetzt hier erst einmal hält und wir uns hier etwas stabilisieren können, bevor wir dann hier möglicherweise im Laufe der nächsten Woche wirklich mal versuchen, zumindest in den Bereich der 24.000 US-Dollar vorzustoßen. Kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen. Nachdem jetzt alles so bearish war, bräuchten wir zumindest mal eine kleine Relief Rallye, bevor wir uns da neu sortieren müssen und vielleicht wirklich nachhaltig hier die 12.000 US-Dollar nochmal anlaufen. Also ich möchte es nicht hoffen, für keinen von uns da draußen, ganz ehrlich, aber trotzdem, wir müssen uns ganz ehrlich darauf einstellen, dass wir hier möglicherweise nochmal runterfallen könnten. Ansonsten sollte das hier erst einmal zumindest vorübergehend der Boden sein, weil hier wirklich dick, dick Support drin ist. Wir haben die Supportzone getestet, wir haben den S2 getestet, wir haben Ineffizienzen rausgenommen. Volumen, Mangelware, morgen noch Feiertag in den USA. Das heißt, wir müssen nochmal viel, viel aufpassen, was hier jetzt noch in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Trotzdem, gute Möglichkeit auch hier. Wir haben gestern schon mal darüber gesprochen, dass hier Möglichkeit wäre, noch einen Long zu probieren. Stop-Loss unter diesem Monat S2 und dann einfach versuchen, laufen zu lassen. Ansonsten war es einen Versuch wert, aber das ist jetzt momentan so die einzige Chance. Ansonsten, big, big Longs kann man wahrscheinlich dann erst hier wirklich wieder erst in dem Bereich der 12.000 US-Dollar probieren. Ansonsten, seit Seitenlinie, macht DCA, kauft aber wirklich nur in solchen Zonen. Jetzt nicht einfach blind reinkaufen, sondern sucht euch die Zonen. Für mich war das jetzt gestern hier eine Möglichkeit nachzukaufen. Die nächste wäre dann hier in dem Bereich der 12.000 bis 13.000 US-Dollar zusätzlich zu den Sparplänen, die sowieso schon laufen. Ja, soviel zu Bitcoin. Schauen wir uns auch Ethereum an. Auch hier sehen wir, wir haben unsere Stop-Losses hier geholt. Wir sind sogar kurzzeitig unter den S2 gefallen. Wir hatten einen 4-Stunden-Closter drunter, wurden dann aber direkt wieder aufgekauft. Also auch hier, der S2 hält momentan noch. Trotzdem hat es mich gewundert, dass wir da gehalten haben, weil die wirkliche Ineffizienz haben wir immer noch nicht gefüllt. Und die liegt bei ungefähr 780 US-Dollar. Das heißt, auch hier haben wir noch deutlich, deutlich mehr Downside-Potenzial. Ich möchte es hier nicht beschreiten, dass es jetzt hier im Laufe des heutigen Tages passiert. Trotzdem möchte ich es nicht ausschließen. Auf dem Daily haben wir mittlerweile den RSI bei 18. Also es ist auch schon krass, wie tief wir hier gefallen sind. Trotzdem, auch hier wünsche ich mir jetzt erst einmal eine kleine Stabilisierung in diesem Bereich. Und dann vielleicht doch nochmal diesen Bereich zwischen 700 und 800 US-Dollar anzulaufen. Also jetzt haben wir erstmal hier unseren Support gefunden. Auch hier weniger Volumen reingekommen bei diesem Dip. Gutes Zeichen, dass wir hier wieder weniger Long-Positionen eröffnet haben. Und jetzt erstmal hier ein kleines Reversal sehen können. Zumindest weiterhin bis in den Bereich der 1400 US-Dollar. Trotzdem seid einfach vorsichtig. Vor allem Ethereum hat in den letzten Wochen deutlich, deutlich mehr gelitten als viele, viele andere Altcoins oder auch Bitcoin. Deswegen auch hier vorsichtig sein, mit irgendwelchen Long-Positionen zu eröffnen. Langfristig 700, 800 US-Dollar. Zone, wo ich dann doch größere Käufer machen werde. Erster Kauf war jetzt hier Monats-S2. Zweiter wird jetzt hier in diesem Bereich da unten sein. Oder dann sogar im Bereich der 400 bis 500 US-Dollar. Ansonsten halte ich mich hier komplett raus. Auch mit Trades und sowas. Genau. Gut. Dann XRP hält sich gut. Also man muss schon sagen, die Altcoins halten sich im Gegensatz zu Bitcoin deutlich, deutlich besser. Also man sieht es auch hier wieder in der Bitcoin-Dominance. Wir sind sogar unter die 45%-Hürde gefallen. Sind es sogar bei mittlerweile 43% angekommen. Das heißt, die Chance, dass wir hier wirklich in diesem Bereich hier runter nochmal kommen, von 42% bis 41% sogar, ist im Bereich des Möglichen. Möchte ich nicht ausschließen. Aber das heißt natürlich, momentan werden Altcoins deutlich mehr nachgefragt als Bitcoin zumindest. Was mich ein bisschen wundert. Trotzdem auch hier XRP Monats-S1 getestet. Wir haben die Ineffizienz hier drüben rausgenommen mit diesen langen Stop-Losses. Weniger Volumen reingekommen. Also es sieht schon danach aus, dass das Sentiment wirklich dramatisch bearish ist bei allen. Und man jetzt wirklich in diesen Modus kommt, wo man nicht mehr jeden Dip kauft unbedingt. Was aber ein gutes Zeichen ist dann für eine mögliche Bodenbildung. Einfach, weil es wichtig ist, dass wir jetzt hier nicht über krasses Volumen wieder reinkriegen. Da hätten wir die nächste Ineffizienz mit dem nächsten Week, der dann früher oder später gefüllt wird. Deswegen gefällt mir das jetzt schon deutlich, deutlich besser. Auch bei XRP, dass wir hier vielleicht nächste Woche wirklich mal eine grüne Woche sehen könnten. Würde uns allen, glaube ich, mal ganz gut tun. So, Polkadot. Gleiches Spiel auch hier. Hier weniger gedippt als viele, viele andere Altcoins. Wir sind auch hier in einem klaren Downtrend. Das sieht man hier in dieser gelben Linie, die immer wieder als Widerstand hier getestet wurde. Von dem All-Time-High oder von den 40 Dollar oder was es war. Sieht aber auch hier ganz gut aus. Monats-S1 wurde noch nicht getestet. Kann aber auf jeden Fall noch sein. Ansonsten sieht dieses Sentiment hier langsam ein bisschen besser aus. Dass man hier jetzt wirklich langsam mal einen Boden erwarten könnte. Gut, so viel dazu. Weniger Charts gibt es heute nicht, weil im Endeffekt ist wenig passiert. Die Blockchain-Technologie hat das Zeug, die Welt zu verändern. Bin ich auf jeden Fall absolut der Meinung. Wenn ihr auch der Meinung seid, guckt bei CryptoBureau vorbei. Link werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, sonnigen Sonntag. Um 14 Uhr kommt noch eine Börsenvorstellung. Könnt ihr euch nochmal darauf freuen. Auch wieder mit Gewinnspiel habe ich ein bisschen mit der Börse verhandelt für euch. Ansonsten könnt ihr gerne vorbeigucken. Link werde ich euch alles natürlich später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten gibt es wenig zu sagen. Wünsche euch einen schönen, sonnigen, heißen Sonntag. Zumindest bei uns in Bayern wird es heute extrem warm. Deswegen heute Schwimmbadweather. Glotzt nicht zu viel auf die Charts. Ansonsten, wir hören uns auf jeden Fall morgen dann wieder. Freue mich. Oder halt später zum BitGed-Börsenvorstellungsvideo. Wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Ansonsten, stay crypto. Ciao, ciao. Ciao, ciao.